Dieser Schrein befindet sich südwestlich von Viron auf einem Berg. Das erste was wir machen, wir springen hier einfach runter um an die erste Truhe zu kommen. Danach machen wir was, was man wahrscheinlich noch nie gemacht hat, denn man kann diesen Laser hier in die Hand nehmen und wir werden ihn dann auf die Plattform packen, sodass der Laser durchgehend immer den Schalter aktiviert. Nun laufen wir nach oben und warten auf ein gutes Timing, damit wir an die letzte Truhe rankommen können. Nachdem wir die Truhe geöffnet haben, fliegen wir jetzt runter nach links und lassen uns von dem Laser den Weg ebnen. Das andere wird ja absolut in der Natur ver retrouveren. Musik 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 Vielen Dank.